Ich kaufe im Actionmarkt für 9,99€ ein Selbstaufblender, selbstaufblasender Schlauch, samt Armaturen alles dabei für 9€ Leute. 9€. Ohne Scheiß. Wie geil. Was das denn? Ich warte ihn jetzt mal anschließen. Ja. Wollen wir mal gucken. Wollen wir mal gucken. Das ist der Klicker. Wollen wir mal gucken. Finde ich ja mal gespannt. Festschrauben. Dann schraube ich den ab. Kann ich den in die Obert schrauben? Oder dass der geklickt? Das ist ja geil. Praktisch. Ja, das ist geil. So, schließen wir hier ab. Seideschlauch. Dann sind wir noch hier dran. Aufdrehen. Schon fühlt sich der Schlauch mit Wasser. Und wir hätten theoretisch Druck. Geil. Ist sogar verstellbar. Ist verstellbar. Klasse. Verschiedene. Oh. Oh la. Im Pult. Geil. Ich nehme jetzt mal zum besseren. Nehme ich jetzt mal Tower-Modus. Ja, kannst du ja schon mal meine Gießkanne befüllen? Oder so. Ja, wir haben uns noch eine Gießkanne geholt. Ja. Super. Boah. Also. Ja, das ist auch. Für neun Euro. Für neun Euro kann man sich das kaufen. Muss ich mal wünschen. So. Denn macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.